Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erzähl mir alles über deine Mutter und deinen Vater, den Metzger und wie es ist, in einer Metzgerei zu arbeiten und wie die Mädchen in Newark waren. Entspann dich. Glaub mir, ich versuch's ja. Was mir Sorgen macht, ist Olivia Huttons mentaler Zustand. Vor allem angesichts der Sachlage. Warum kommst du und stellst dich unter mein Fenster? Es gibt mir das Gefühl, als ob ich darauf aufpasse, dass es dir gut geht. Sie ist schwach. Eine so instabile Person ist eine Bedrohung für dich, Marky. Ich fürchte, ihr ist etwas Schlimmes passiert und ich habe Angst, dass es was mit mir zu tun hat. Was glauben Sie getan zu haben? Ich habe mich so leicht. Drei. Ich habe mich so leicht. Ich habe mich so leicht. Was Schlimmes passiert, in der Skanberg des ZDF für funk. Ich habe mich verändert, dass es nicht alles leiding ist. Ich habe mich so leicht. Ich habe mich so leicht. Untertitelung des ZDF, 2020